Und heute sagt, das seien sie nicht mehr. Mit Canaan ist jemand da, wo wir wissen, sie ist eine Ansprechpartnerin, auch für die Friedensbewegung. Und es ist ja immer so, Canaan, du kennst das ja, dass die, die auf unserer Seite sind, dann immer die ganze Wut über die Parteien abbekommen, die sie sozusagen auch mitrepräsentieren. Wir wollen dir sagen, wir haben einen großen Respekt vor dir, dass du heute mit Nein stimmen wirst, dass du als Teil einer Regierungsfraktion deutlich machst, dass das eben nicht der richtige Weg ist, der gegangen wird. Und wir wünschen dir und wünschen uns natürlich, dass spätestens in der nächsten Legislaturperiode aus den beiden Parteien, die ja eigentlich eine andere Position haben müssen, nämlich SPD und Bündnis 90 Die Grünen, ganz, ganz viele Canans entstehen werden, die dann in der nächsten Legislaturperiode deutlich machen, Nein zu diesem Wahnsinn, der heute geplant ist. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch wenn manche meiner grünen Kolleginnen jetzt hier nicht neben mir stehen, so kann ich euch in Aussicht stellen, dass sie mir zugesagt haben, dass sie heute ebenfalls mit Nein stimmen werden. Bravo. Und auf meiner Internetseite habe ich in einer persönlichen Erklärung gesagt, warum ich der Ansicht bin, dass man zu diesem sogenannten Sondervermögen Bundeswehr nur mit Nein stimmen kann. Schon unser Grundgesetz, wenn man sich die Präambel anschaut, hat das Friedensgebot in sich. Und die besondere Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland gebietet uns, genau darüber nachzudenken, wie wir uns verhalten, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu gehört ganz selbstverständlich, dass wir uns dem Frieden verpflichten und dass für uns ganz klar sein muss, eine Abschreckungspolitik, sei es mit den bereits bestehenden oder den noch zu Kaufenden mit den 100 Milliarden, ist eine Rückwärtsgewandte aus dem letzten Jahrhundert. Da ist sie schon gescheitert. Das kann doch nicht die Zukunft sein für uns und unsere Kinder. Darum kann es doch nicht gehen. Und wer jetzt sowas in unserer Verfassung schreibt, der tut doch so, als wenn das die Konzepte wären, mit der wir Zukunft gestalten können in Europa und in der Welt. Und dazu sage ich ganz klar, Nein, ich will ganz andere Sachen in das Grundgesetz schreiben. Ich will da die Kinderrechte drin haben. Ich will da die Rasse raushaben. Ich will da mehr Gleichheit drin haben, statt 100 Milliarden für Waffen, liebe Freundinnen und Freunde. Und es gibt, glaube ich, gerade niemanden, der nicht um dieses Leid der Menschen in der Ukraine mitleidet und der sich Sorgen macht. Aber es ist auch nicht in Ordnung, so zu tun, als wenn diese 100 Milliarden irgendwem helfen würden oder irgendwas mit der schrecklichen Situation der Menschen in der Ukraine tatsächlich verändern können, liebe Freundinnen und Freunde. Das verschleiert doch die eigentlichen Absichten hinter diesen 100 Milliarden. Das ist doch kein Vermögen. Das ist doch kein Sondervermögen. Das sind Sonderschulden, die da ins Grundgesetz geschrieben werden. Und diese Schulden, die werden zurückgezahlt. Und die verpflichten Generationen. Und das heißt, dieses Geld fehlt uns an Stellen, wo ich es dringender brauche. Ich habe im Wahlkampf versprochen, dass ich den Klimaschutz vorantreiben will, dass ich die soziale Gerechtigkeit international vorantreiben will. Ich will Biodiversität, ich will eine bessere Welt und die schaffe ich doch nicht mit Waffen, liebe Freundinnen und Freunde. Da müssen wir doch ganz klar sein. Und zu diesem klaren Nein, zu diesen Waffen gehört auch ein klares Nein zu diesem sogenannten Sondervermögen. Vielen herzlichen Dank. Und der Kampf geht weiter. Vielen herzlichen Dank für deine Rede. Und dir viel Kraft, dass du in deiner Partei ganz, ganz viel in der nächsten Zeit überzeugen kannst, dass sie Nein sagen zu diesem Aufrüstungswahnsinn, der passiert. Dass sie dafür eintreten, eine andere Form der Außenpolitik zu machen. Und das ist eine andere Form der Außenpolitik. Vielen Dank.